Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin CDB, ich begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist. Denkt bitte dran, heute werden die Uhren umgestellt. Ja, also es ist jetzt nicht um sechs, es ist jetzt eigentlich erst um fünf. Oder wenn ihr das Video guckt, könnte es natürlich schon um fünf sein oder um sechs. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ihr müsst die Uhren umstellen. Ihr könnt eine Stunde länger schlafen. Macht es bitte, sonst kommt ihr morgen doch zu spät zur Arbeit. Wir haben auch noch ein richtig gutes Angebot am Ende unserer News dran. Also solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt legen wir los. Eins vorweg, bevor wir hier das Ganze hier durchgehen, bitte entschuldigt, wenn ich hier sämtliche Namen falsch auslese. Ich habe zwar einen französischen Namen, aber trotzdem fällt es mir nicht leicht, diese französischen Namen hier ordentlich und richtig vorzulesen. Aktuell befindet sich bei Harlecon 2 bereits angekündigt, um die zwei Maps in der Entwicklung, die in Frankreich angesiedelt sind. Neben der Map Grand Paris-Moulin ist dieses, das in der Bretagne spielende Add-on Saint-Servain. Die Region um Saint-Servain bietet große Wohn- und Arbeitsgebiete und ist mit fast 70 Bus- und Straßenbahnlinien auch gut vernetzt. Das um sie zwei Add-on Saint-Servain bildet nun acht Linien dieses Netzes ab, die vom Stadtzentrum in die umliegenden Bezirke führen. Vorbei an großen Wohngebieten, Geschäftsvierteln, aber auch historische Landschaften und in kleinen bretonischen Dörfern. Die aktuell geplante acht Linien haben Fahrzeiten bis zu 50 Minuten. Das um sie zwei Add-on Saint-Servain ist in der Darstellung fiktiv, aber viele bretonische Orte wie die Gegend von Vaines in der Bretagne wurden realitätsgetreu nachgebildet. Markante Punkte wie die berühmte Insel Conlon, aber auch einige Dörfer und Bezirke haben einen hohen Wiedererkennungswert. Passend zu den französischen Add-on wird als Bus der Iris-Bus-Zetelis in der 12-Meter-Version mitgeliefert. Weitere Informationen sowie das vorläufige Add-on sind auf der Produktseite auf harlicon.de zu entnehmen. Der geplante Release ist für Ende des Jahres geplant. Bitte beachtet, dass dies auf der Seite befindlichen Angaben noch nicht feine sind. Auch das Release-Datum ist aus technischen Gründen nur ein Platzhalter. Weiter geht's mit einem weiteren Add-on und zwar ist es hier die MAN Stadtbus New Line City. Eines der modernsten Stadtbusse findet nun seinen Weg in OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Nicht nur wegen seiner modernen Form dürfte sich dieser Bus demnächst in die Herzen der OMSI-Spieler fahren. In dem OMSI 2 Add-on MAN Stadtbus New Line City werden verschiedene Ausführungen dieses Busmodells vorhanden sein. Freunde von Solo- als auch Gelenkvarianten werden hier also findig werden. Ein Highlight wird sicherlich das komplett neue MAN-Dashboard und das Display. Mit diesen News zeigen wir erste Bilder der Busse in OMSI 2. An dem Add-on wird aktuell intensiv gearbeitet. Weitere Details zur Ausstattung und Preis geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Ein Release-Termin steht noch nicht fest und kann aktuell noch nicht genannt werden. Möchten Sie keine Harlicon-News verpassen, folgen Sie einfach unsere Facebook-Seite. So heißt es aktuell auf Facebook von Harlicon. Unbedingt mal vorbeischauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber wir bleiben gleich bei OMSI, denn auch die britischen Leute kommen wieder. Hier haben wir das Masterbus Vailing Pack DEC. Der Masterbus Vailing Eclipse. Dieser DEC verschiedene Varianten der White Bruce Eclipse Serie. Mit den Fahrzeugkörpern der Typen Volvo B8RLE als Länge und kurze Variante. Die Volvo Fusion, den B8RLEA als Gelenkvariante. Den Volvo B7RLE und SB200. Der Gelenkbus. Bei dieser Variante ist einer der wenigen Gelenkbus-Typen, die Ridebus baut für den Einsatz in Australien. Es gibt auch noch ein Masterbus Vailing Classic Pack. Da sich so viele nach den Ridebus-Varianten gewünscht haben, gibt es jetzt nun auch dort folgende Busmodelle. Mit Volvo B7LA-Fahrgestell ist es hier der Ridebus Eclipse Metro Fusion und Urban. Mit Scania-Fahrgestell wird es hier der Ridebus Solar und Solar Fusion. Mit MAN-Fahrgestell haben wir hier den Ridebus Meridian. Mit VDL-Fahrgestell den Ridebus Pulsar. Die Infoseiten zu den beiden DLCs haben wir euch verlinkt. Release-Datum ist allerdings noch unbekannt. Jetzt kann wieder gespart werden, aber auch nur heute. Denn RSSLO veranstaltet aktuell einen Herbst-Sale, wo ihr viele Addons für den Train-Simonator günstig erwärmen könnt. Einfach mal vorbeischauen. Aktion gilt nur noch bis heute. Also solltet ihr einen österreichischen Schweizer DLC haben, dann guckt da am besten mal vorbei. Alle DLCs, die bis dato erschienen sind, sind allesamt großartig. Schaut einfach mal vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt hatten wir es ja angekündigt gehabt. Es gibt natürlich was Kleines, Feines. Und zwar für alle Leute von Tramsim. So hat aktuell einer meiner größten Case-Seller, wo ich meine ganzen Spiele eigentlich kaufe. MMOGA aktuell Tramsim für 19,99 Euro im Angebot. Statt 34,99 Euro wird es jetzt am 29.10.2020 erscheint. Somit könnt ihr natürlich vor Release schon 15 Euro sparen. Ich gehe mal davon aus, je höher die Nachfrage ist, desto teurer wird das ganze Ding. Also solltet ihr hier womöglich ein bisschen schneller sein, nicht allzu lange warten, falls ihr euch den Tramsim noch für 20 Euro kaufen möchtet. Zum Release wird das Ganze natürlich dann auf Steam erscheinen. Ihr bekommt einen Key nach Hause per E-Mail und dort gebt ihr den ganzen Key dann einfach, den ihr bekommt. Per E-Mail einfach bei Steam ein und dann ist das Spiel euers. So könnt ihr, wie gesagt, 15 Euro sparen. Der offizielle Preis zum Release auf Steam wird hier 34,99 Euro sein. Also ich gehe mal davon stark aus, dass ihr hier schon mal ein bisschen sparen könnt. Und das war es auch schon mit den News. Es ist nicht so viel passiert. Keine Ahnung, es liegt jetzt wohl wieder was im Argen hier. Ich sage bloß, schaut mal raus, was auf den Straßen gerade wieder so los ist. Wir wollen uns darüber jetzt hier nicht unterhalten. Auf jeden Fall, es dauert nicht mehr lange, denn kommt Tramsim, die neue Xbox kommt, die Playstation 5 steht vor der Tür. Großartig. Ich freue mich drauf, würde mich natürlich mehr darüber freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören bei der nächsten Ausgabe der ÖPNV News. Tschüss, bis zum nächsten Mal.